Wir arbeiten in unserer Gruppe an der Entwicklung von praxis- und realitätsnahen Anwendungen für Brain-Computer Interfaces. Momentan schafft es die Technologie oft nicht über Labordemonstratoren hinaus und das möchten wir ändern. Wir nutzen dafür sogenannte EEG-Headsets, wir messen also das Elektroenzephalogramm. Das ist die elektrische Aktivität des Gehirns an der Kopfoberfläche. Diese Headsets funktionieren mit Oberflächenelektroden, man braucht lediglich ein wenig Gel, um die Leitfähigkeit zwischen Kopf und Elektrode zu verbessern. Es gibt aber auch Ansätze, die funktionieren bereits komplett ohne Gel. Man setzt sich also dieses Headset auf und kann die Aktivität des Gehirns messen. Ein spezieller Anwendungsfall in einem unserer Projekte ist das Projekt Bison. Hier wollen wir Brain-Computer Interface basierte Interaktionskonzepte zur Steuerung von Operationsmikroskopen entwickeln. Das Operationsmikroskop ist ein essentieller Bestandteil der Arbeit eines Neuroschirurgen. Er arbeitet an sehr kleinen Strukturen und während einer Operation verändert sich das Sichtfeld permanent. Das bedeutet, er muss dieses Mikroskop oft einstellen, im Schnitt einmal pro Minute und das erfolgt zur Zeit per Hand. Das bedeutet wiederum, dass zu jeder Einstellung des Mikroskops die Operation unterbrochen werden muss und das birgt ein Risiko für den Patienten. Dementsprechend sucht man in diesem Feld nach Hands-Free Interaction Principles, also Interaktionskonzepten, ohne die Hände zu nutzen. Und das ist ein großer Vorteil von Brain-Computer Interfaces, Interaktion ohne die Hände zu benutzen.